Hörst! Hab nichts bestellt. Ja, du kannst mich mal bitte einmal hier unterschreiben, damit wir dein Haus verkaufen können, äh, damit sie versichert sind, mein Freund. Danke, du Arsch. Ich wünsche Ihnen viel Spaß als Obdachloser. Klick. Guten Tag, antworte! Hallo. Hallo, wer ist da? Bist du's, Emo? Ich bin Neo. Okay, Deo, also hör zu, ich hab seit zwei Wochen keine Kohle mehr und hab deswegen seit 13 Jahren nicht mehr meine Stromrechnung bezahlt, okay? Und da hab ich mir gedacht, ruf ich mal den Auserwählten an, ne? Vielleicht legt ihr mir ja ein bisschen Kohle, ne? Dann hab ich im Telefonbuch nach dir gesucht, wusste aber nicht wie ein narzisstischer, arroganter, egozentrischer geschrieben wird, also hab ich dir ein Telefon per Post geschickt und zwei Typen, die dich umbringen wollen. Ich werd umgebracht. Möglicherweise, Nemo. Ich weiß, du kennst mich nicht, aber du schuldest es mir. Was schuld ich dir denn? Eine gemeinsame Zukunft, Nemo. Eine gemeinsame Zukunft. Jedenfalls zahl mir die 201.000,50 BiR² zum Prozeter von fünf Stromrechnungen oder die Typen im Anzug, bring dich um! Heil Hyundai! Hallo? Sind das Nazis? Nein, Neo. Das sind Neo-Nazis. Was soll ich machen? Pass einfach auf die Mörder auf, die ich auf dich gehetzt hab, aber Vorsicht, diese bestialischen Mörder sind höchst brutal! Schau mir in die Augen, Kleines. Lauf, Emo, lauf, solange du noch vollwertige Beine hast! Oh, Nemo, hör auf dem Typen auf den Hintern zu gucken! Okay, also einmal lesen! Tic, 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 tic. Ja, leck mich, hast du ganz gut gemacht! Also gut, Frodo, was hat jedes Zimmer? Genau, du Clown für das Fenster! Woher wissen sie das? Wikipedia! Aber das ist auch egal! Also, mein Freund, mit dem Außerwesen-Status, wenn du nicht von meinen Aufsatzkillern getötet werden willst, mach das Fenster auf, geh raus und bezahl an die Stromrechnung! Und dann kann sie das Schaut auf den Glöcher-Status-Uh! Woah! Die ist doch!! 700, 1 Genau! Ich bin hier aber Investition. Ich bin hier in keinem auch auf der Reine aufsatzkoll. Ich bin hier in keinem ungerheden, und nun klingst! Ich bin hier in keinem Einheit! Mir mach, ich bin hier in keinem Schritten im Kopf! Ich bin hier in keinem Kopf, ich bin hier im Kopf. Ich bin hier in keinem Kopf! Ich bin hier in keinem Kopf, ich bin hier in keinem Kopf! ARD Text im Auftrag von Funk